Hallo und herzlich willkommen hier bei Alex. Ihr befindet euch auf dem YouTube-Channel von Alex, dem offenen Kanal Berlin. Und ich möchte euch heute Mehrlist vorstellen. Mein Name ist Lele Lukas und Mehrlist ist das Programm, mit dem wir hier bei Alex unsere Sendungen fahren. Und noch einiges mehr machen, aber ich möchte heute nur auf Sendung fahren eingehen. Mehrlist ist ein Programm entwickelt von Torben Weibert. Wir benutzen die Professional Studio Version und steigen wir einfach direkt ein. Mit einer kleinen Voransage, bitte guckt euch das Studio Tutorial an, denn da zeige ich euch, wie die Fader funktionieren, die natürlich direkt mit Mehrlist zusammenarbeiten. Und die braucht man, um Mehrlist zum Laufen zu kriegen, zumindest bei uns. Deswegen guckt euch das nochmal an, dann versteht ihr auch, was ich hier rede, noch um einiges besser. Also, Mehrlist besteht aus, könnte man so sagen, vier großen Teilen. Da ist einmal das Playlist-Fenster, das ist in diesem Moment noch leer, das füllen wir gleich. Dann ist da die Cardwall, diese sechs Felder. Dann sind da die, ich nenne sie immer gerne Abspielfelder oder Plattenteller in diesem Falle. Das ist A und B und dann hier an der Seite diese Leiste, die sich mit verschiedenen Dingen füllen lässt. Zum Beispiel mit einem Encoder, der hier gerade mich selbst aufnimmt, weil man über Mehrlist nämlich auch aufnehmen kann. Und das ist da hier meine Stimme, die da ausschlägt. Dann kann man Nachrichten einfügen, die zum Beispiel hier bei Alex laufen natürlich auch Nachrichten, die lassen sich hier über eine Uhr einfügen. Und den File-Browser. Und den brauchen wir natürlich, um unsere Musik, unsere Beiträge, unsere Audiodateien in das Playlist-Fenster einzufügen. Und was wir da tun wollen, ist einfach entweder auf Hinzufügen drücken und dann einen Ordner hinzufügen. Was er da allerdings macht, ist, wenn er nur hinzufügen, dann fügt er nur quasi einen Ordner hinzu und nicht Unterordner. Deswegen machen wir in diesem Fall einen Verzeichnisbaum auf und gehen in diesen Ordner hier. Dann öffnet sich das sofort. Wir haben Musik und Sounddesign, beides Sachen, die wir gleich brauchen werden. Musik. Hier können wir entweder einzeln per Drag & Drop ins Playlist-Fenster ziehen oder alles gemeinsam. Brauchen wir gar nicht so viel, denn so lange will ich jetzt hier auch gar nicht reden. Wir haben jetzt hier elf Songs, sieht man hier, und die sind zusammen 28 Minuten und 45 Sekunden lang. Das ist gut zu wissen, wenn ich eine einstündige Sendung habe, dann sind davon jetzt schon mal eine halbe Stunde gefüllt mit Musik. Und dementsprechend kann ich meine Moderationen dann vorbereiten. Was vielleicht als nächstes aufgefallen ist, ist, dass hier drüben Next A steht und B. Das bedeutet, dass dieser Track hier, Pentatonic von Audio K, jetzt bei A drin ist, auf dem A-Plattenteller und Take This Thread von Seaström bei B. Und die lassen sich dann abspielen. Dafür braucht man dann das Pult. Da reicht es ganz einfach, den Fader A hochzuziehen und dann fängt A an zu spielen. Und gleich hört man das auch im Hintergrund. Genau. Und so kann man dann Musik abspielen. Und diese kann man dann unter Umständen pausieren, stoppen oder, was wir jetzt machen, ausfaden. Genau. Und dann steht der EOF. Und wenn ich den Fader jetzt wieder runterziehe, dann verschwindet dieser Song. Und der nächste rutscht nach. Und das ist dann Laserparty vom Multifaros. Der war vorher dahinter. Er ist ganz automatisch bei A reingerutscht. Und hier steht aber auch Next B. Das heißt, wenn wir immer A, B, A, B, A, B spielen, dann kommt B jetzt als nächstes. Und der lässt sich dann natürlich auch ganz einfach abspielen. Als nächstes kommen wir zur Card. Das sind diese sechs Felder hier. Das Besondere an der Card ist, dass die Sachen nicht verschwinden, wie eben hier. Sondern, dass die da bleiben. Das heißt, es sind Sachen, die man einfach öfter abspielen kann. Da wäre zum Beispiel dieser kleine Ausschnitt aus einem wundervollen Film, den wir jetzt kurz, in den wir kurz reinhören. Den kann ich so oft abspielen. Wie? Ich will. Das ist jedes Mal von neuem. Das kann dann zum Beispiel ein Trenner sein für Nachrichten. Das können Jingles sein. Das ist alles möglich. Und diese kleinen Sachen, die man öfter abspielen will, die landen halt hier in der Card. Unter Umständen kann man sich auch noch mehr Felder machen für die Card. Aber sechs Felder sind eigentlich erfahrungsgemäß genug. Ja, und dann sind hier noch A und B. Die lassen sich auch loopen zum Beispiel, wenn ich einen Song ganz oft hören würde. Oder wenn ich zum Beispiel einen Loop-Jingle habe, den ich öfter hören will. Heißt ja dann nicht umsonst Loop-Jingle. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder. Das sind so die Grundlagen von Mehrlis. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Was vielleicht, naja, Moderationen kommen natürlich zwischen Songs. Und die lassen sich auch weiterhin bewegen. Das wäre vielleicht noch wichtig. Ja, die ganzen anderen Sachen. Sachen wie Events, den Mix-Editor, Voice-Tracking und die Konfiguration von Mehrlis. Darum kümmern wir uns ein anderes Mal. Jetzt soll es nur darum gehen, dass ihr in der Lage seid, Musik oder Beiträge in Mehrlis einzupflegen und dann eine Sendung zu fahren. Und dafür braucht man nur wirklich nicht viel. Ein kleinerer weiterer Tipp noch am Rande. Ihr seht hier an der Seite Zeiten, die sich addieren. Seastroom ist demnach nach einer Minute neun, jopp, vorbei. Und der nächste Song ist dann auf insgesamt vier Minuten zwölf zu Ende. Und das lässt sich, wenn wir jetzt bei Seastroom mal reinhören, direkt auf die aktuelle Uhrzeit beziehen. Das ist sehr, sehr interessant, gerade wenn man dann planungsmäßig in der Sendung um einiges das Leichte hat. Ja, und das war es an dieser Stelle auch schon. Mein Name, wie gesagt, war Lele Lukas. Liked das Video, teilt es gerne weiter mit Leuten, die vielleicht Lust haben, Radio zu machen. Natürlich, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt uns, warum es euch nicht gefallen hat. Und vielleicht sieht man sich ja bald bei Alex, dem offenen Kanal Berlin, wenn ihr versucht, eine Radiosendung zu machen. Und bestimmt unterstützen wir euch dann dabei sehr gerne. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020